Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu GSG Moin, meine lieben Freunde. Es geht wieder los hier, wir sind schon vorgegangen. Das war auch eine schnelle. Wie er einfach rücksichtslos erschossen wird. Ich bin durch mit dieser Mission. Ich baller. Ist mir egal, wer es ist. Ich bin tot, wir können da wieder mal anfangen. Ich will nur mal gerade wissen, ob das hier ein Zivi war. Nee, das ist... Hör doch mal auf. Ey, du bist so ein Spasti. Ich wollte wissen, ob es ein Zivi war. Alter, der arme Zivi, ey. Das war kein Zivi, das war ein FSJ-Kil. Außerdem heißt es doch nicht mehr, sondern heißt doch genau. Genau, FSJ, genau. Das ist der Petit Kill. Ich will einfach nicht mehr. Ihr seid irgendwie richtig schlecht geworden. Seit dem Hotel seid ihr einfach richtig schlecht geworden. Ey, Mann, was ist denn da? Was ist denn da? Das war mir erzucht. Ich weiß nicht, aber es hat er verdient. Kennt ihr das Erben der Erde? Na klar. Hm? Er erinnert mich an das Spiel. Was war... achso. Ja, aber warum ging es denn da nochmal? Das waren so Tierwesen. Ach, das Ding. Haben wir doch letztens mal schon drüber geschlossen. Das ist ja mein letztes Mal schon. Wer ist immer? Nix, da ist einer. Ich taser, ich taser. Och, Mann. Du hast gesagt, hier wird jeder Erschossenes. Ja, ey. Ich bin im Tunnel. Habt ihr was vom Brilli verfolgt? Alter, wer hat mich denn jetzt hier bitte geta... Alter, du dummer Hund. Ich gucke mir da. Irgendeiner schießt da. Wo? Der hat doch da geschossen. Du hast geschossen. Ich habe nicht geschossen. Außerdem, das war eine Waffe oder Schalldämpfer. Ey, du hast doch gerade geschossen. Ich habe nicht geschossen. WTF? Okay, da ist wirklich einer hinter so einem Balken. Okay. Ey, wo kann ich nicht zugucken? Das Spiel ist so buggy, ganz ehrlich. Ich kann jetzt hier nicht raus. Oh. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Gut. Andere Map oder was? Nein. Aber den hätte ich gerade echt geil tasern können. Der war bugged. Irgendwo da. Ach du, mit deinem scheiß Taser, ey. Weißt du was? Dann sei da konsequent und rüste dir auch noch die Pfefferkugel. Nee, aber weißt du, worum dieses Spiel hier geht? Ja. Ja, genau darum. Und wir werden noch in andere Situationen, wo wir nur tasern müssen. Quatsch. Ja, sicher. Im Hotel habe ich mega viel getasert. Aber da hat es sich auch gelohnt. Das ist ja fast nur Gegner. Wenn wir Geiselname spielen, dann musst du nur tasern. Weil dann ist die GG sonst. Ach, GG. Deine Mutter ist GG, Junge. Ja, eine großartige Granny. Das ist geil. Das ist geil. Eine richtige Granny, ey. Put your hands up. Wir sagten schon, die Ärzte habe Ehrfurcht vor weißgrauem Haar. So. Hands up. So, wo seid denn ihr? Macht ihr noch Mittag oder was? Nein, ich stehe drin neben dir. Auch da. Ist keiner jetzt durch die Tunnel gegangen? Da auch, natürlich. Bibl hat meine Idee schon verstanden. Sibel, weil hier, ja, gehen wir einfach zu, beide bei drei. Und nach, du jetzt in meine Richtung gucken und ich in deine. Gehen wir jetzt nach vorne, okay? Drei. Der unten, der ergibt sich, genau. Alter, ist das hell. Wieso hat uns am Ende denn keine Schuss mehr? Ihr habt doch zweimal auf eine Lampe geschossen, ja? Ja, ich hab die Lampe ausgeschossen, ob den ich heute da nicht gefunden habe. Hat nicht gekloppt. Get down now. Get down now. Alle da? Ja. Ja, sagt er. Und kein Mähne da. Nee. Ich bin noch bald hinten, aber ich hole da schon einen. Weh, das ist so. Alter. Warum kann man keine Lampen ausschießen, ey? Ist doch total dumm. Kann man doch. Ziel auf deinen Kopf und schieß dir die Lampe aus. Ach so, okay. Aber die Texturen hier sind schon ganz geil. Die Texturen sind übrigens gar nicht schlecht, ja. Jetzt hört doch mal auf, Mann. Seid ihr blöd? Ja, Mann. Da ist einer. Mach mal dein Licht aus. Dann taser ihn doch. Los, taser ihn doch endlich. Mach doch mal dein Licht aus. Jetzt ernsthaft. Da ist doch ein Licht, oder? Dass wir gerade reingucken. Kommt mal hier hin. Kerzen, Junge. Nein, hier. Guckt ihr da nicht auch in ein Licht rein? Ich werfe jetzt nur Dings da hin. Ja, werf doch mal du Dings rein. Jetzt ist das Licht aus. Wisse. Wo ist der Bastard? Der ist weggerannt. Das kann sein. Ich war doch einfach nur ein nicht geleiteter Taser. Ich weiß nicht, wo der Hins ist. Hier ist auf jeden Fall einer, der ist Zivilien. Zivilien. Und ich habe Pavilionen standing by für Trailers. So, unser Raum. Hier, warte mal. Stopp. Was ist... Hier in dem Gang steht direkt einer. Hat sich schon einer, hat sich schon einer hingekniet? Ja, aber hier in dem Raum steht auch einer direkt. Mach den doch einfach mal auf. Warum? Das ist der, das ist der Weg zum Flur. Kommst du dir, Milo? Ich war bei der Meinung, wieder aufstehen zu müssen und zu schießen. Komm es auf. Und ich würde jetzt links zur Tür rausgehen. Und dann wieder links. Wer schieß denn da? Ich. Warum? Ich schieße hier durch die Tür, den Typen versuche ich zu treffen. Du dumm? Ich schieße. Komm mal ran, ich will mal eine Breachblatt hier. Der ist nicht direkt dahinter, der ist ein Stück weiter. Da, wo die andere Tür zum Hof ist. Tür aufgemacht. Aber wie, und da kam der Typ bei anderen Usain Bowles. Hast du die Tür aufgemacht oder er? Nein, du hast die aufgemacht. Nein, ich hab die nicht aufgemacht. Dann hat er die aufgemacht. Dann hat er die aufgemacht. Doch, er hat die aufgemacht. Wo ist das besser von dem Typen? Hier, hier. Oh, oh, da ist noch einer. Alter, hast du jetzt die Tür aufgemacht? Ja, aus Versehen. Kommt, Zwiebel, wir gehen weiter. Ne, 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 bleib mal da, bleib mal da. Was denn? Da ist einer direkt bei uns, unmittelbare Nähe. Wo denn? Im Hof wieder, wir wollten doch nicht in den Hof. Der ist down. Da war er direkt da vorne. Ich hab zwei getötet, glaub ich. Okay. Also der Hof ist auf jeden Fall leerer. Der fiegt hier. Ja, hier in der Eingangshalle. Draußen, draußen, Vorsicht. Zwiebel, hinter dir. Oh, fuck, Alter, warum bin ich denn leer? Hinter dir. Get ready. Alter. Ich bin fucking dead, ey. Ja, geh doch mal. Ne, ne, wo bist denn du überhaupt? Ich bin draußen. Was heißt draußen? Roger that entry team, tag them and keep moving. In der Nähe vom Polizisten. Warum? Nicht hochgehen, wir wollten doch nicht hochgehen. Was machst du denn da? Talk reporting. Affirmative entry team. Suspects neutralized. Talk reporting. Copy entry team, proceed with mission. Warum bist du jetzt nach oben gegangen? Oh, hier einer war. Okay. Tote Zivillen, kannst du ja aufhören. Oh. Ey, ganz ehrlich. Ach toll, wer war denn das? Ja, ich. Ich dachte, der wäre böse, Mann. Oh. Denk doch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wir waren überhaupt nicht mehr synchron. Mene war irgendwie komplett woanders, Zivillen, und ich war noch in der Küche am Fuhrwerken. Und Mene geht einfach alleine in die Haupthalle. Was soll das denn schon wieder eigentlich? Tja, mehr gewesen nicht. Vielleicht. Vielleicht sollten wir die Map einfach jeder für sich spielen. Wie so ein Tutorial, oder was? Ne, jeder macht einfach, was er meint. Und am Ende treffen wir uns, oder eben nicht. Ich habe mich komplett an den Plan gehalten. Ne, du bist einfach zu 10 Meilen voraus gewesen. Aber ich habe mich an den Plan gehalten. Ihr seid in den Hof gerannt. Geh mal in den Tunnel rein. Wir sind nicht in den Hof gerannt, in der Übrigen. Messermann. Wo ist das Messer? Also hattest du einen Messer-Typen, oder was? Ja, ja. Hattest du einen im Tunnel, oder was? Ich hatte einen im Tunnel. Und ich gehe jetzt auf dem... Das sind ja zwei Tunnel parallel. Ich bin gerade durch den rechten gegangen. Ja, den linken brauchst du eigentlich nicht, weil du kannst am Ende den rechten gehst, den linken ja von oben sehen. Ja, hast recht. Hast recht. Wir haben uns gerade nur angeblinkelt. Alles gut. Da unten ist einer. Gut, Zwiebel. Gut. Ja, der hat mich auch nur mit einem Schuss schon wieder... Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Der ist aber unten. Der ist unten. Der ist unten. Ich gehe den holen. Ja, hol ihn. Hol ihn. Hunde den Bastard. Das ist ein Zivilien, oder? Wobei hier noch nie ein Zivilien war. hey, der ist ein Suspect. Aber wo ist seine Waffe? Wo hatte der keine? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur... Ihn sicher geben sehen. Ja, die würde auch mit deiner Rauberei... Rundweg ist frei. Rutenfrei? Rutenfrei Wege. Super. Fleischfrei. Da steht einer. Warte, den Taser. Der ist direkt neben mir. Ah, du Loser. Oh, der ist nochmal aufgestanden. Ja, ich habe wohl auch gerade schon geschießen. Aber mit zuckenden Händen. Leute, Taser einfach besser. Ja, natürlich. Vergiss nicht, den Taser gleich nachzuladen. Hab ich. Dann stehst du da und er macht nur... Hatt ich als Kind so eine Korkenpistole, weil ich die echt nicht durfte. Ich hatte als Kind tatsächlich so eine Erbsenpistole. Und da habe ich immer Erbsen auf das Flachdach der Nachbarn geschossen. Und dann haben sie dann irgendwann im Sommer die Erbsen angefangen zu sprießen. Also hier ist alles leer. Okay, alle da? Ja. Ja, vielleicht mal gleich. Lass den einfach nur runtergehen. Erstmal alles sichern. Ne, ne, ne. Wir bleiben erstmal unten und sichern. Okay. Lass den Hof in Ruhe. Dass da keiner jetzt ein Feuergefecht im Hof anfängt. Bitte, Zwiebel. Nicht in den Hof schießen. Ja, da ist einer. Ja, ist egal. Er kommt aber nicht, glaube ich. Ich würde hier rausgehen, ne? Nein, nicht rausgehen. Erstmal die Räume hier unten sichern. Ich würde hochgehen tatsächlich. Aber okay. Nein. Okay, dann hier ist ja nur ein Raum. Dann gehen wir jetzt hier rein. Hier sind zwei Räume. Ein Raum? Der Kleine da ist ja kein Raum. Achso. Was ist das dann? Vorratskammer. Aber das, Brilly, das, wo du jetzt guckst, da geht es ja auch wieder raus, ne? Ja, kommen wir ja lang. Aber hier ist erstmal zu. Er ist abgehauen? Ja, ist okay. Wir gehen jetzt hier einfach rein. Macht die Tür hinter euch zu, am besten. Wo gehen wir rein? Hier. Weil sie schenkt es. Ah, jetzt geht's. Was höre ich denn hier für Schritte? Hört ihr die? Also Tür ist zu hinter uns. Gut. Guck mal, hier mal raus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer ist denn da? Mene. Am Fenster, da stand letztens einer mit einer dicken Pumpgun. Aber das ist der beschissenste Weg überhaupt. Weil jetzt sind wir wieder im Kreuzfeuer. Wieso? Das ist scheiße, ist der Weg. Wieso sind wir im Kreuzfeuer? Weil der Weg scheiße ist. Rechts kommt einer, rechts kommt einer. Rechts oder links? Rechts. Für mich waren die Schritte links, tatsächlich. Für mich waren sie rechts. Also hier ist keiner. Danke, wir sind im Kreuzfeuer. Hier, die Tür ist zu. Vorsicht. Zivillian ist live, aber unresponsiv. Wirst du euch wer, wo, was? Weiß ich nicht. Gebt euch in Sicherheit. Mene? Mene? Händest du da gerade vor? Nein, Mene ist rechts von dir. Ich bin hier direkt neben dem Van. Lass alle mal Richtung Polizist. Down, 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 down. Ist down. Alter. Der hat mir meine Beine weggepässt. Will ich fest? Willst du ihn sichern? Willst du ihn sichern? Ja. Sollen wir jetzt hier hinten rum, oder was? Na, wollen wir nicht erst mal das Haus hier machen? Ja, müssen wir ja. Das wäre der logischste Antrag eigentlich. Da, wo Mene lang geht. Down. Was ist das, man? Ich war definitiv kein Zivillian, ey. Der kam aus dem dunklen... Alter, war ich erschrocken. Alter, alter, alter. Hier ist, wo dieser Kamin ist, stand jetzt quasi. Wir können ja mal rechts auf den Balkon. Ist vielleicht reingegangen. Ne, man kann ja gar nicht reingegangen. Okay, ist down, ist down, ist down, ist down. Okay. Mach doch mal die Köppenlampe aus. Da vorne an. Da unten ist einer. Kannst du den Taser von hier aus? Hm, ich kann's versuchen, aber ich glaub nicht. Aber wir können eh nicht da runter, ne, bringt ja nix. Jetzt geht er auf die Knie. Er geht auf die Knie. Das heißt nur leider nix, ist vollkommen sinnlos. Sollen wir den erschießen? Bist du bescheuern? Ne, lass doch an. Ist down. Sehr gut. Wo, wo? Rechts unten, um mir. Aber ich glaub, der eine war auf dem Knie. Ich glaub, ich hab einen gekillt, den dann hätte ich nicht killen sollen. Wo waren die denn? Da rechts. Du musst ganz links an die Barrikade und dann kannst du rechts so durchgucken. Aber wenn man Escape drückt, steht da nicht, wenn man einen Zivilien erschossen hat? Kannst du auch Tap drücken. Ne, ich glaub, erst wenn du die reportest. Ich seh die hier nicht liegen, ey. Da, da unten liegen sie. Du musst noch weiter nach in die Ecke. Du musst noch weiter in die Ecke. Und dann kannst du, genau. Ach, da, hinten in dem Raum drin. Ja. Ja, ich glaub, ich seh da aber zwei Waffen. Da oben ist übrigens noch einer durchs Fenster durch. Direkt, seht ihr das, dieses Wappen? Ja, ich seh ihn. Und da drunter ist einer. Das könnte aber ne Geisel sein. Ja. Ein Zivilien. Lass mal weitergehen. Zivilien. Ja, ein Zivilien, Alter. Warte mal, ich muss mal. Aha. Halt. Oh, komm. Jetzt noch mal. Cannot. Weißt du, was hier steht? Cannot kick mit broken legs. Warte mal, ich mach die mal auf. Ich hab broken legs. Deswegen gingen die nicht auf. Geil. Hast ja schöne Schienbeine oben rausgedrückt. Achtung, ich mach die Tür auf, ja? Wie? Die war zu. Ach so, ich dachte, du machst jetzt C2. Nein. Wer sammelt denn da was auf? Das ist hier oben, ne? Mene, wo bist du? Ich habe einen gesammelt. Da hinten? Oh, Mene, bist du irre. Ich hab doch gesagt, das war ich. Der macht schon wieder Alleingänge hier. Wieso? Ich bin einfach nur den anderen Weg gegangen. So kein Alleingang. Wir gehen doch unten durch die Tunnel auch getrennt. Aber hier, im Haus, Alter. Ja, Alter. Ob du behindert bist, haben wir gefragt. Ich habe keine gebrochenen Beine. Ja, komm, wohin gehen wir jetzt? Machen wir jetzt hier? Schönen Gummifuß, Alter. Ja, jetzt gehen wir wieder runter und außen lang, oder nicht? Wie außen lang? Hinten raus, da. Ihr müsst mich tragen. Mein eines Bein ist nicht mal mehr rot, sondern es ist einfach so ausgegraut. Ich schleife dir aber die Treppe runter, Junge. Ich habe durch mein Bein. Gehen wir jetzt durch den Hof, oder was? Nee, ich guck nur mal. Du bist im Hof. Ja, der Hof ist der. Ich habe den hier reportet, der hier ist. Ach, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ja, und nun, was machen wir jetzt? Gehen wir außenrum durch den Hof, oder was? Ja, sagt er. Ja, wir gehen wie immer. Geh aber in den Hof. Mene, was stimmt nicht mehr mit dir? Früher konntest du dieses Spiel mal. So, wo gehen wir jetzt lang? Ja, außen. Na, wie immer. Da muss einer sein, den habe ich vorhin zumindest gehört. Ich guck mal drunter durch. Guck mal drunter durch. Sag mal, nee. Sag mal, sag mal. Sag mal, sag mal, die Knifte hier. Okay. Man kann hier drunter nicht drunter durchgucken. Aber man kann sich da oben aus dem Fenster gucken. Guck mal bitte, please. Da hinten ist doch schon. Alter. Messermann. Vorne, rechts am Gang. Vorne, rechts, am welchem Gang? Da ist so ein Baum hinten an so einem Beet. Der letzte Baum, da geht es rechts rein. Also Richtung Hof, ja? Da, wo du jetzt bist. Mene, rechts davon, hinter dem Baum. Das ist zum Hof. Ja, das weiß ich doch nicht. Aber da war der Typ. Wer schießt? Hinter uns, Fragezeichen? Ja. Ja, genau. Ist das lächerlich, ey. Wo kommt der her? Wer schießt denn da? Ja, Mene hat ihn schon. Der hat hier gestanden. Ich weiß nicht, wo der herkommt, ehrlich gesagt. Der muss aus dem Hof durchs Haus gerannt sein. Und dann hier hinten hin. In der Zwiebel in den Koper drin sehen, sozusagen. Ah. Der hat auch eine schöne Position, ja. Bevor du neu startest, lass mich mal bitte gucken gehen, die beiden, die ich gekillt habe, ob da von einem ein Zivilian war. Hier müsste doch aber nirgends einer sein, oder? Der Typ, der hier reingelaufen ist. Nee, der kam doch von hinten. Ja, den haben wir ja. Ach so. Der hat mich ja gekillt. Von hinten. Dafür habe ich seine Mutter von vorne genommen. Ah klar, verstehe. Das ist natürlich ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben einen dead Suspekt hier. Ja. Police, stand up! Unauthorized violence. Ja, das war ein Suspekt, kein Zivilian. Ja, war ein Suspekt, aber war unauthorized violence. Alter, das kann doch nicht wahr sein. War doch okay. War doch die beste Runde heute schon. Ja, aber das ist wie ein Mensch ärgerlich, wenn ich das eh mal neu anfangen muss. Ja, willst du quicksafen? Und sich dann ärgerst? Ja, ein bisschen Ehrgeiz hier. Hallo? So, full auto hier. Richtig rasieren. Ich habe mir so einen Hack installiert. Ich habe jetzt unendlich Muni. Ich habe einen Hack installiert. Da hat man einfach Dreck gewonnen mit A. Geil. IDD QD. Geh unten durch die Tunnel. Der geht runter. Einfach mal weiter rücken. Bitte, Buttercule. Calm down. Don't make this ugly like your mother. Zivilian secured. Zivilian secured. Oh Gott, this is brilliant. This is brillily. I must admit. Boah, bist du das Zwiebel? Yes, it's me. It's me. Chipola. Zwiebeln? Achso. Geh jetzt mal, Mann. Kommt mal einer her jetzt hier oder was? Ja, ich bin auf dem Weg. Gehst du bitte auf deine Seite? Ja, entschuldige bitte. Ich habe beide Seiten schon. Bei drei. 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 Acht. Genau da. So. Ich habe so einen leichten Druck auf der Pfeife. Ich muss mal aufs Klo. Ja, geht mir auch so. Nach der... Zivilian secured. Nach der Folge müssen wir mal... Ich schieße eine Brille jetzt, dann kann ich aufs Klo gehen. Mixer. Was heißt hier Wichser, spinnst du? Noch kein Gegner, oder, bis jetzt? Nein. Alter. Doch, du hast doch schon einen festgenommen. Ja, das war aber ein Zivilian. Ein Zivilian. Hör doch mal auf jetzt. Hör doch mal auf jetzt. Was ist mit euch? Mene, was soll das? Was denn? Erlass es doch. Mene hat Muni-Hack. Das ist so geil, wenn ich der letzte Überlebende bin, noch ein Gegner ist und ich keine Muni mehr habe. Ja, genau. Ey, komm, ergib dich, bitte. Ich kann Karate. Deswegen lässt man sich immer einen Taser übrig. Messermann. Was war das? Der schießt noch einer. Alter, was ist jetzt, Mann? Ey, Leute, hört doch mal mit dem Scheiß auf. Da ist einer auf dem Weg in unseren... Wieso spielen wir nicht mehr richtig jetzt? Haben wir jetzt aufgehört, oder was? Nur weil ihr pinkeln müsstet, oder was? Nein, talk to it. What's up, it's so Taser. Hä? Klar warst du. Das Taser tut dir doch nicht weh. Ja, sicher. Nein. Mein ist rot. Ich konnte mich die 100 Jahre lang nicht bewegen. Suspect killed. Kommt ihr klar? We've got an officer down. Talk to all it. Talk copies all. Proceed with your mission. Alter, wie schießen die denn, ey? Weißt du, aus der Hüfte wie Buffalo Bill, oder was? Talk to it. Roger that. Tag him and keep moving. Okay, beste Runde. So, ja. Wenn der Mene nicht richtig spielen will, oder pinkeln will. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Nee, überhaupt nicht. Hast du den ganzen Rundgang, hast du geschossen die ganze Zeit. Keine Ahnung. Das ist doch heute kleine Empfindlichkeiten. Nee, aber spielen wir jetzt noch richtig? Wollen wir es noch schaffen, oder nicht? Ja, Mann. Aber es ist noch eine Folge zu Ende. Wir haben ja beide Druck auferleidiert. Ja, das ist das Einzige. Also, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es dieses Team noch gibt. Wir haben alle lieb. Tschüss. Tschüss. Tschüss.